Hallo Freunde des Hörens! Heute geht es einmal in der Zeit ein wenig zurück, und zwar vor die Ereignisse der Reise der Nearly Home. In dieser Episode werdet ihr viel über die Motive von Darth Royce erfahren und endlich vielleicht erahnen können, was der Schatz der alten Sith ist. Außerdem ist diese Episode eine kleine Hommage an die Storyline von Diablo 2. Ich hoffe, dass ich dieses dunkle, höllische Feeling ein bisschen damit rüberbringe. Und ich hoffe auch, dass ihr nun deutlich besser am Ende der Folge die Motive von Darth Royce verstehen werdet. Ich wünsche euch viel Spaß! Kurz nach Beginn des Jedi-Bürgerkrieges. Lange vor den Ereignissen der Nearly Home. Meister Bastion, ihr hättet nicht extra kommen müssen. Wir wissen, dass Rewans Flort den Anflug ist. Wir haben bereits begonnen, den Tempel zu evakuieren. Ich fürchte, ihr unterschätzt, wie nah sie bereits sind. Ich bin gekommen, mit Meister Ephesus zu reden, noch vor eurer Abreise nach Dantuin. Meister Ephesus hat sich in seinen Turm verschanzt. Ich fürchte, er ist nicht mehr derselbe. Der Wahnsinn hat ihn bekommen. Ich verstehe. Ich denke nicht, dass ihr das tut. Aber ich werde euch zu ihm bringen. Noch während Bastion, in Begleitung des Generals, die Treppen zum Turm hinaufstieg, spürte er diese Schwingung. Es war ein Gefühl der Macht, das er nicht kannte. Weder der hellen, noch der dunklen Seite. Wirklich zugehörig. Öffnet das Tor! Weiter begleite ich euch nicht. Er hat ausdrücklich darum gebeten, niemanden zu sich zu lassen. Er ist anders geworden, seit er das Hologron studiert. Habt Dank, General. Wir sehen uns auf Dantuin. Zögernd betrat Bastion den dunklen Raum, als er den vor Wahnsinn gebeuteten Meister Ephesus entdeckte, der mit Dämonen zu kämpfen schien, die ihn nur er sehen konnte. Weder dunkel noch hin. Weder dunkel noch hin. Wie ein Feuer in der Nacht, das ihn verschlingt. Weder dunkel noch hin. Beruhige dich, Ephesus. Ich bin es. Passion. Passion. Das Hologron. Das Hologron. Du hättest es mir nicht geben sollen. Beruhige dich, alter Freund. Was hast du herausgefunden? Das Hologron. Das Hologron. Das Hologron. Es ist der Schlüssel 2. Und er wird kommen. Es zu holen. Zerbeis. Er ist mit Rewan zurückgekommen. Und er hat einen neuen Namen. Darth Weiss. Das Hologron. Das Hologron ist der Schlüssel zu Bass. Konzentrier dich, Ephesus. Der Rund des Berndu. Er wollte die dunkle und die helle Seite verbinden und ein Gleichgewicht schaffen. Aber es zerriss die meisten. Gewand zwischen hell und dunkel fand sie keinen Punkt, der sie halten könnte. Diese Stürme. Diese Stürme. Hier sind keine Stürme. Außer deiner und meiner. Du musst dich konzentrieren, Ephesus. Erzähl mir alles. Es ist das Hologron, das dir das antut. Gott. Du musst mir alles erzählen, damit keiner tun muss, was du getan hast. Ja, das Hologron. Das Hologron hat mir Ticke gezeigt. Mich Dinge sehen lassen. Was ließ es dich sehen? Was hat der Orden des Berndu geschaffen? Es ist nicht, was sie geschaffen haben, sondern was sie gefunden haben. Die Überreste eines alten Volkes, das den Tod nicht akzeptieren wollte. Und die Macht selbst unter Werbung. Natürlich scheiterten sie, aber ihr Vermächtnis fiel in die Hände der Sif und nach dem Untergang der Sif in die des Ordens des Bindus. Und statt dass sie erkannten, aus welchem Wahnsinn diese Schöpfung geboren wurde, schofen sie einen Tempel, zu dem sie diese Geräte brachten, verborgen vor den Augen der Galaxies. Unfindbar außer für jene ihres Ordens. Wir gelangten die Ordensmitglieder zu diesem Tempel, Ephesus. Nur ihre Schiffe konnten dorthin. Und auch nur mit ihren Karten. Und dann brauchte man das Hologron. Das Hologron ist der Schlüssel, um die Maschine zu aktivieren. Eine der Karten gibt es noch. Und die Nearly Hope wurde aus den Überresten eines der besagten Schiffen gebaut. Ja, und deshalb müssen wir diese drei Dinge vernichten. Weil ich gesehen habe, dass er kommen wird. Und das könnte das Ende von uns allen sein. Das hast du gut gemacht, Ephesus. Gib mir das Hologron. Du hast deine Pflicht erfüllt. Nehmt, nehmt es, Bastion. Seht nur, was es mir angetan hat. Ich hätte es nie benutzen dürfen. Ich habe alles falsch gemacht. Mit den Hologronen in der Hand neigte er sich zu der von Wahnsinn gebeuteten Gestalt. Nein, du hast alles richtig gemacht, Ephesus. Dies war der Wille der Macht. Aber der Genauigkeit halber. Ich bin nicht, Meister Bastion. Grüne Rauchschwein enthüllten die nur teilweise menschliche Gestalt. Lord Moist, nein, nein, nein. Habt keine Sorge, Ephesus. Ich werde diesen Orden der Widersprüche, die Krieg für den Frieden führen, ihren Frieden bringen. Dank euch. Nein, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Und nun zu eurer Belohnung, Ephesus. Spectre, ich habe alles bekommen, weswegen ich hier bin. Ich will, dass du die Stadt und den Tempel bombardieren lässt. Lass keinen überleben. Wir treffen uns an Bord, mein Schüler. Als Lord Moist die Stufen des Turms hinabschritt, endete sein Weg in einer großen Halle, als ihn eine kleine grüne Gestalt den Weg versperrte. So schnell ihr schon gehen wollt, Tobias? Meister Wand da, es freut mich, dass ihr mich trotz meiner Entstellung wiedererkannt habt. Ich würde gern noch länger bleiben und über alte Zeiten plaudern. Aber ich fürchte, ich bin verabredet. Das, bedauerlicherweise, nicht zulassen, ich kann. Hm, ich verstehe. Dann müssen wir das hier wohl auf die altmodische Weise klären. Mit Gewalt preschten die Lichtschwerter beider immer wieder aufeinander, während sie in akrobatischen Manövern versuchten, den anderen auszumanövrieren. Meister Wand da war trotz seines hohen Alters einer der besten Lichtschwerter gelandet, die es gab. Nicht selten tauschten beide mit Sprüngen oder gekonnten Drehungen die Seiten, nur um aus einem anderen Gegend den anderen Anwand anzugreifen. Darth Voice, der wusste, dass der Tempel jede Minute bombardiert werden könnte, wurde zunehmend frustrierter. Auch sein mechanischer Arm schien Meister Wand da nicht außer Atem zu bringen. Um den Druck auf Meister Wand da zu erhöhen, warf Darth Voice mit Hilfe der Macht Gegenstände nach. Doch Meister Wand da stoppte diese Probleme aus und ließ sie harmlos zu wöden sehen. Verlieren in eurer Wut wie euch tote Bios. Behauen wir euch in eurer Gleichgötigkeit. Aber bei euch die Wut eines anderen ist nichts, die ich sprachen kann. Plötzlich begannen die ersten Laser-Seiten in den Tempel einzuschlagen. Und als sich die Schwerter der beiden ineinander verkeilten, wusste Darth Voice, wie er das Duell beenden könnte. Sehr bedauerlich, dass unser Kampf bereits vorbei ist. Mit Hilfe der Macht zerriss Darth Voice eine der tragenden Säulen, die dank dem Bombardement beschädigt waren. Nein, was habt ihr getan? Darth Voice wusste genau, dass Meister Wand da nicht zulassen würde. Er wusste, dass alle innerhalb des Tempels sterben würden und er die Säulen mithilfe der Macht stützte. Langsam ging er auf Meister Wand dazu, bis er so dicht stand, dass er ihn in sein Ohr flüstern konnte. Und das ist der Grund, warum die Jedi scheitern werden. In die Tiefe gezogen von der Schwäche anderer. Ihr denkt, dass es Stärke ist, über euren Bedürfnissen zu stehen. Aber wenn ihr keine Bedürfnisse habt, werden es die Bedürfnisse anderer sein, die euch lenken. Die Gier von Senatoren oder die Schwäche der Bedürftigen Bevölkerung. Und ihr werdet gezwungen sein, denselben Kampf immer und immer wieder zu fuhren, bis ihr selbst daran zugrunde geht. Ihr könntet alles, was ich vorhabe, stoppen, wenn ihr nur einmal die Entschlossenheit zeigen würdet. Ihr könntet einfach loslassen und euch, mich und alle in diesen Tempeln in seinen Ruinen begraben. Aber das werdet ihr nicht. Und das ist der Grund, weshalb ihr versagen werdet. Nicht eure Worte, das Sein tun, sondern die des Anderen. Spüren ich ihn in euch kann. Es ist unwichtig, wessen Worte es sind. Aber es ist die Wahrheit. Aber nicht eure Wahrheit. Wie Gutes ich in euch spüren kann. Und wie immer irrt ihr euch. Das meiste Gute in mir starb mit Diana zusammen. Und mit diesen Worten verließ Davos den Tempel. Es wird Zeit, dass der ewige Kampf von Licht und Schatten endet. Untertitelung von voila Vielen Dank.